Servus liebe World of Warcraft Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist mal wieder Mittwoch und wir haben jede Menge zu tun und jede Menge Arbeit wartet auf uns und unseren Chart. Damit ihr nichts vergesst, mache ich dieses Video und liste euch auf, welche Aktivitäten ihr in dieser ID auf jeden Fall machen solltet, um auch gar nichts zu verpassen. Wichtig, das Ganze ist alles kein Muss, sondern ein Kann. Wenn ihr manche Sachen nicht mögt oder wollt, dann lasst es einfach weg. Nobody cares. Ihr spielt das Spiel, wie ihr das wollt. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und damit rein ins Video. Ihr habt einmal die Weekly Quest in dieser Schatzkammerhalle. Vier Schlachtfelder zu gewinnen dieser Woche. Das könnt ihr natürlich auch wieder mit der Weekly PvP Quest matchen. Und ihr könnt, wenn ihr fleißig wart, in dieser Woche mal wieder den Tresor öffnen und hoffentlich ein schönes Item rausziehen, was euch weiterhilft und was euch verstärkt. In Oribos gibt es zudem noch die Weekly Dungeon Quests. Da haben wir einmal den Seuchensturz und die nekrotische Schneise. Es reicht wie immer, diese Dungeons auch beispielsweise auf Normal oder HC zu machen. Könnt ihr über das Tool anmelden und da fix durchprügeln. Zudem in Oribos die Weekly PvP Quests. Da gibt es einmal Ehre auf gewerteten Schlachtfeldern zu verdienen und Ehre auf epischen Schlachtfeldern zu verdienen. Und die Wins auf diesen epischen Schlachtfeldern zählen auch für die andere Weekly Quest, wo ihr Schlachtfelder gewinnen müsst. Die Eroberungspunkte gehen jetzt bis 4400. Dort liegt das Cap. Oder wenn ihr in der Vergangenheit kein PvP gespielt habt, könnt ihr das theoretisch alles jetzt in einer Woche nachfarmen. Wir haben im Mythic Plus die Affixe tyrannisch, anstachelnd, nekrotisch und stolz. Also eine fiese, fiese Woche für Tanks, wo richtig viel Damage reinkommen wird. Und in Bastion haben wir diese Woche den Weltboss Valinor, das Licht der Äonen. Der lässt wie immer mit etwas Glück, sagen wir es so, ein Item der Gegenstand Stufe 205 fallen. Und ihr könnt zudem für euren Pakt zulässige Medien, Potenzmedien, gewinnen. Wenn ihr den Glück habt und mehr als 250 Anima bekommt. Venari hat diese Woche auch mal wieder drei schicke Quests für uns, die teilweise bis zu 1000 Ruf geben. Also da könnt ihr euren Ruffortschritt gehörigst in die Höhe treiben. Dazu gibt es natürlich die ganz normalen Dailies, die auf der Karte sind. Das Event Zorn des Kerkermeisters und die Jagd, die einmal in der Woche bzw. zweimal pro ID wechselt. Und auch da gibt es wieder jede Menge Ehre zu verdienen. Torgast diese Woche, Kaltherz Interstitia, 570 Seelenasche und wie immer gibt es jede Woche aus beiden Runs insgesamt 1140 Seelenasche zu holen. Run Nummer zwei findet statt in Spannung, Spannung, die oberen Ebenen. Also auch da 570 Seelenasche, wie eben gesagt 1140. An dieser Stelle Packkampagne und die Bolverkampagne erwähne ich nicht mehr, weil ich die schon abgeschlossen habe. Da könnt ihr natürlich auch weiterhin nachholen. Ansonsten in eurem Packtsanktum gibt es die Quest, wieder einmal 1000 Anima zu sammeln. Dafür erhaltet ihr eine Ruhmstufe und eine weitere Ruhmstufe gibt es natürlich. Dafür, wenn ihr Seelen aus dem Schlund rettet, wie viele das sind, hängt von eurem Fortschritt in den Ruhmstufen ab. Bei mir sind es jetzt 15. Auf Ruhmstufe 27 erhaltet ihr einen neuen Gefährten für euren Abenteuertisch und ihr könnt ein Battle Pad bei eurem Ruhmrüstmeister kaufen. Und auf 28 gibt es eine Seelenbandaufwertung für einen der Gefährten. Das war nicht der erste, den man bekommen hat. Ich glaube, der zweite müsste das gewesen sein. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich super, super freuen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und damit sage ich, reingehauen! Bis zum nächsten Mal!